Jo moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer erneuten Runde Minecraft Sv... äh... Oh wie heißt das? Skywars? Auf dem... Kieren-Server in den Spaß! Auf dem... Oh wie heißt denn der? Q-Craft-Server? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken! Ich hoffe es ist einigermaßen ansehnlich für euch! Tolle Waffe... Oh ja! Ich habe eine Waffe, Alter! Jo, was soll ich jetzt noch sagen? Ich hoffe die nächsten Video-Filme bei euch gut ankommen. Ich tue wieder mit... Wie nennt man das? Mit Web... also mit... Wie ihr hört mit Mikro... Und demnächst vielleicht auch wieder mit Webcam aufnehmen. Wenn ihr wolltet die hier mit Webcam aufnehmen, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich hoffe die Audio-Qualität ist auch einigermaßen in Ordnung. Ja, was soll ich noch machen? Ja, ich weiß auch nicht was ich da machen soll. Ich hab natürlich da mal... Ja, wahrscheinlich hat der einfach voll die hier rum... Ja, wahrscheinlich hat der einfach voll die hier rum... Ja, was soll ich sagen? Er steht auf jeden Fall einfach nur rum... Juck die einfach nicht! Juck die nicht! Juck die nicht! Juck die nicht! Juck.. Nein! Was?! Okay, das war die erste Runde. Mein Zocker-Marathon, so viele Runden möglich zu schaffen. Natürlich nicht alle verlieren, das ist natürlich die Voraussetzung. Wir gehen einfach in etwas schneller runter. So, der Zocker-Marathon geht weiter. Oh, ich kann ein Kid wählen. Was ist los? Ich nehme mal den Iron Goal an. Habe ich schon mal komplett zum Redstone? Okay, da haben wir schon was. Ich kann auf jeden Fall Hosen-Burstpanzer ausziehen, denn ich werde das haben. Und sogar das auch. Das heißt, ich habe eigentlich noch ein Rüstungsteil gebraucht. Okay, jetzt brauchen wir natürlich... Nice wäre, wenn wir jetzt auch eine zweite Kiste im Rufemap hätten. Was natürlich nicht der Fall ist. Was kommt? Alles klar. Wahrscheinlich habe ich einfach keine Rüstung. Ja, was soll ich jetzt wirklich schön machen? Komm, 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 komm! Ja! Alter! Habt ihr den Nice Kill gesehen? Was? Ja, ist klar. Was soll ich machen? Das war schön, ne? Alter, er macht... Wie lange hat er gebraucht, um mich zu finden? Jo, das war auf jeden Fall Nice Try. The Night Because don't have any items. Ich habe keine Items gehabt. Ich hatte Rüstung, ja. Aber womit soll ich überhaupt nicht zuschlagen? So, ja. Eine Runde gibt es noch. Ich wollte nur nochmal schnell gucken. Ich mache das mal hier unten auf. Dann seht ihr auch mal, sehe ich immer, wie lange das Video geht. Also nicht wundern wir hier unten. Dieses kleine Teil, das tue ich auch noch ein bisschen verschieden. Und dann tue ich mir hier unten rechts into die Ecke. Und dann mache ich jetzt auf jeden Fall mal mein Scharblissschwert. Oder mein Bowkit. Und dann mal mein Scharblisswordman. Dann noch schon mal Rüstung. Und ja, oh, was hab ich gesagt? Muss man mal ein bisschen gucken nebenbei, was ich auch gebrauchen kann, weil ich brauche ja nichts mitnehmen als in die Frau. in das Räschen zu machen. Ich habe keine Hose. Mathematik, Mathematik, überall Mathematik, Ii Ti. Ii Ii. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh, ich bin froh.